Willkommen zurück zu TSAs Let's Play von... Assassin's Creed 1, ein modernes Retro-Let's Play und... Auf geht's. Der Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital. Obwohl er es manches Mal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. So, freie Hand ist immer gut. Dann wollen wir mal loslegen. Äh... Naja, freie Hand ist gut. Entfernt diesen Schandfleck aus Akon, Alter, ihr. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Das machen wir doch gerne. Dann wollen wir mal gucken. Kommt nicht näher. Du bist ein toter Mann. Komm zurück. Du bist ein toter Mann. Du bist ein toter Mann. Ja, aber auch. Durch ein toter Mann. Ja, auch nicht. Du bist ein toter Mann. Bitte, seid vor sich sogar. Wir waren. Wie achtlos kann man denn? Eigentlich sollte man hier nicht so herumreffen. Er wird sich noch verletzen. Und wenn das einen Lohn für seine Taten hat. Oh. Ah, ja. Wir überlegen mal, wie wir das hier kriegen. Machen eine kleine gedankliche Pause. Wer hat denn jetzt schon gleich ein Problem? So, vielleicht dürfen wir uns jetzt hier aufhalten. Gibt es einen Grund für diesen Unfug? Könnt ihr die einen Waffen entbeeren? Könnt ihr die einfach entbeeren? Masse ist eine große Entscheidung. Ich bin das zufrieden. Ich bin das zufrieden. Ich bin das zufrieden. Macht Platz! Ja, wir gucken mal, wie wir da reinkommen. Äh, wir sind ja schon mal da rein gespaziert. Ja, 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 ja. Ihr dürft nicht hier sein. Geht. Ihr dürft nicht hier sein. Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. Ja. Wer hat diese Person umgebracht? Oh, wie kommen wir denn hier rein? Ja, ja. Hey, hier kommt die Bekan. Nein, Hilfe! Hilfe! Hilf mir! Hilf mir! Bitte! Was ist denn hier los? Genug, mein Sohn. Ich bat euch, den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Na, na. Alles wird wieder gut. Nein! Nein! Rührt mich nicht an! Nie wieder! Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Mir helfen? So wie ihr den anderen halft? Ihr habt ihnen die Seen geraubt. Ich hab gesehen, aber meine nicht. Nein, meine kriegt ihr nicht! Ui! Reist euch zusammen! Glaubt hier, das gefällt mir. Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl. Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb. Alles nur Lug und Trug. Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Das hättet ihr besser nicht getan. Bringt ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine. Alle beide. Oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. Ah, ouch. Es tut mir so leid, meine Frau. Habt ihr Leute nichts Wässeres zu tun? Ah, oh, oh. Ja, dann wollen wir mal gucken, ähm... Ich will hier einfach nur mal gucken, wo der bekloppte Doktor ist. Ja, wo steckt denn der abge... ümmelter Arzt. Ja, dann wollen wir mal gucken, wo der bekloppte Doktor ist. Ach, was steht denn hier herum? Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorwand. So, mal wieder ist das Spiel abgestürzt. Ähm, ich muss dazu auch sagen, ich habe es nicht im Kompatibilitätsmodus gestartet. Ähm, keine Ahnung, woran es liegt. Ich kann mich nicht erinnern. Alles versprochen. Wenn er sich verletzt, werde ich ihm nicht helfen. Ich kann mich nicht erinnern. 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 Peter ist ein paarHisleges. Ich kann mich nicht erinnern. Okay, ich kann euch nicht erinnern. ...die Richtung geht. Oh, was für ein Scheiß. Geh. Ah. Und dann habt ihr euch. Was habt ihr mir angetan? Ach ja, die Pein. Anfangs schmerzt es. Das ist ein geringer Preis. Bald werdet ihr mir zustimmen. Ihr seid ein Monster. Ich bekam schon Schlimmeren. Meine Beine. Schulter. Ihr habt mir die Beine. Befreit euch von eurer Last. Ah. Ich werde jetzt Frieden finden, nicht? Der rentlose Schlaf ruft da mir. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält? Sie werden frei sein und heimkehren können. Heim? Welches Heil? Die Freudenhäuser? Die Gosse? Die Gäcker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja. Was von ihrem Willen noch übrig war. Seid ihr wirklich so naiv? Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen? Wie du wünschst? Aber dann seid ihr schuld an seinen Verbrennungen. Es sind keine Kinder, sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Und es ist das Leiden, das ich heilen wollte. Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran. Aber es gibt Kräuter, Mixturen und Elixiere. Meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn verfallen, bevor ich sie fand und aus dem Kerkern ihre Umnachtung befreite. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihm zu helfen? Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es sogar. Ach du Scheiße. Auf, lauf, 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 lauf. Na, geh mir weg rein! Es geht weiter, ich raus! Oh, komm! Hier, sag hast du ihn! So, so. So! Wer kann nicht bei Verstand sein? 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 Wer kann so was getan haben? Wer kann nicht bei Verstand sein? 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 Ich würde mal sagen, wir sind hier fertig Ich bin hier fertig Wer kann nicht bei Verstand sein? Da sind wir zurück Ja Ah Wenn das nicht hilft Geil Es ist Zeit, es ist Zeit, eure Aufgabe fortzusetzen Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen und ein Ausrüstungsstück Wir sprechen uns wieder Wir sprechen uns wieder, wenn der nächste gefallen ist Er wird Ärger verursachen Gibt es einen Grund für diesen Schabernack Oh, Rempeln Halt Halt dann Warum tut er das? Halt dann Alter ihr, mich tünkt meine Schüler verstehen nicht ganz was es heißt eine klingel zu führen Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst Euer Leben ist verwirrt. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Mhm. Ja. 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 Prächtig. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe es. Das ist okay, das tut wohl Verlassung nochmal. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Werft eure Waffen nicht so unbesonnen. Für einen zweiten Wurf gibt es oft keine Gelegenheit. Diese wilden Hiebe öffnen dem Gegner Tür und Tor und bringen euch einen frühen Sohn. Ist er auf der Flucht? Er wird sich noch verletzen. Was tut dieser Narr denn? Was bringt ihn dazu? Du hast den Verstand verloren. So, an dieser Stelle wollen wir mal gucken. Na, wenigstens rennt er nicht automatisch. Das ist sein Unglück, der Freund hier. Aber wir wollen jetzt mal ins nächste Ländle. Der flieht doch vor etwas. Was? Er wird jemanden schaffen. Das weiß ich genau. Das weiß ich nicht so. Das weiß ich nicht so. Das weiß ich nicht so. Man ist es. Die Gäste weg sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020